Leute, ich habe eine dringende Bitte an euch. In der letzten Zeit habe ich einige neue Kategorien hier auf Blade Soccer Reviews gestartet, in der Hoffnung, das Angebot ein bisschen umfangreicher und vielschichtiger zu machen. Aber was mir natürlich ganz besonders wichtig ist, ist, dass die Videos, die ich mache, euch interessieren. Und deswegen möchte ich die jetzige Umfrage dazu nützen, um von euch zu erfahren, welche Videos, die ich auf dem Kanal poste, ihr euch wirklich anschaut. Seid ehrlich, seid hart zu mir. Es gibt mittlerweile, um einen Überblick zu bekommen, die gewohnten Standard-Lang-Reviews, die Mini-Reviews, die Quickies, die Musik-Reviews, die Game-Reviews und den Blu-ray-Check und das Sonntags-Update. Etwaige Vlogs sind nur Kleinigkeiten für zwischendurch, wie zum Beispiel für Umfragen, die ich so oder so machen werde. Aber ganz wichtig wäre für mich, welche von den jetzt genannten Review-Kategorien interessieren euch wirklich und was schaut ihr euch wirklich an? Postet es mir in die Kommentare. Das Erste, was ich machen werde, ist auf der Kanal-Startseite, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, es gibt für quasi jedes Video hier auf Blade Soccer Reviews eine Playlist, wo ihr quasi alle artverwandten Videos drinnen findet. Als erstes werde ich diese Playlists auf der Kanal-Übersicht-Seite nach dem ordnen, was euch wirklich interessiert, dass ihr die für euch interessantesten Videos ganz oben findet und natürlich in weiterer Folge dann auch die Videos, die ich produziere, ein bisschen darauf abstimmen, damit ihr wirklich die besten Informationen bekommt. Also seid so nett, schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch anschaut, was ihr euch vielleicht auch in Zukunft wünschen würdet. Teilt dieses Video mit euren Freunden bzw. Bekannten, von denen ihr wisst, dass sie auch ab und zu auf dem Kanal sind. Ich hätte gerne so viel Feedback wie möglich, damit ich mich wirklich nach dem richten kann, was für euch wichtig ist. Danke! Danke! Bis zum nächsten Mal.